Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen sonnigen Sonntag. Es sieht heute recht gut aus. Es ist jetzt ziemlich genau 9 Uhr in der Früh. Ich habe zwei Videos zur Sonnenaufgang gemacht, aber die haben mir nicht gefallen. Die habe ich daher nicht veröffentlicht. Den Himmel beobachtend sehen wir hier einen gerade hinter dem Tannenbaum verschwinden. Wir sehen hier auch einige Streifen vor der Sonne. Es schaut recht diesig aus, aber es dürfte trotzdem ein sehr schöner, sonniger Tag werden und nutze einfach die Energie dieses großartigen Tages, auch wenn wir heute um 4.19 Uhr die Mond-Mars-Konjunktion genau auf der Hauptachse am Aszendenten hatten. Schauen wir mal, wie sich das auswirken wird. Es ist windstill, es ist vollkommen friedlich und ruhig. Da ist gerade Besucher reingekommen. Ein Pinnchen, hallo. Und eine Hummel. Schaut eher aus wie eine Hummel. Das hier sind die Die Topinambur, die sich schon, naja, 80, 90 Zentimeter Höhe entwickelt haben, ja die brauchen immer sehr, sehr viel Wasser. Die Topinambur, die sich schon, naja, 80, 90 Zentimeter Höhe, die sich schon, naja, 80, 90 Zentimeter Höhe. Die Topinambur, die sich schon, naja, 80, 90 Zentimeter Höhe. End. Bedeut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.